Bisschen Honig ernten, ne? Honig kann man auch ernten, ja. Den finde ich jetzt gerade nicht. Also bei mir auf dem Server, ne? Also auf der Plauderbar, ne? Da hast du über dem General Chat hast du noch den AFK-Channel, dann hast du News, Bilder und Scrolls und Server. Wenn du auf Raute-Klauber klickst, draufklickst und nach unten scrollst Ja... Ah, da sehe ich die, ja. Serverdaten für den, für den, weil er einen Ja... Ah, macht er jetzt nicht. Decker. Nur da...